Jetzt geht's los! Hallo, Kot-Mampfer! Ih, pfui! Ein Kot-Mampfer! Naja, wenn's schmeckt. So. Einfach ein Kot-Mampfer. Servus. Ähm, ja. Let's go. Spiel starten. Das letzte Mal über drei Stunden hatten wir schon gespielt. Ich bin gespannt, wie viel Content das Spiel bietet für 30 Euro. So. Nice. Okay. Wir sind hier. Ich erinnere mich. Wir sind hier. Wir schauen uns wie immer genauestens um. Sieh dir all diese Zurg-Eier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurgs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird's erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Das Außenwäldler abzeichnen. Ich werde dir die Tür öffnen. Okay. Und dann müssen wir alleine weiter. Mies. Miese Sache. Klingt ein bisschen wie die Animal Crossing Sprache. Ich hab Animal Crossing nie gespielt. Aber machen die auch nur so. Abzeichen so aus wie ein ganz trauriger Smiley. Sackgasse. Oh, da unten sind die Zurgs schon. Ja, kein Rock. Na dann. Let's go. Das Spiel mit den Zurgs kennen wir ja. Too much Zurgs. Nein, nein. Das schwindet. Ölende Zurgs. Ich hasse euch. Mehr Schwung. Auch mehr Schwung. Das sind kleine Schweine, die die rasende Flamme von Eldenringen in sich aufgenommen haben. Das sind mutierte Bakterien, die eigentlich Müll entsorgen sollten. Soweit wir das verstanden haben bisher. Ja, das ist jetzt die ganz wilde Nummer hier. Oh, die. Ha, 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 ha. Ah, geil. Alles okay. Das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Geil. Was ne irre Fahrt. Oh, jetzt rumpeln wir wieder. Scheiße. Aber geht schon wieder, oder? Immer besser. Katzen sind zäh. Erstmal abschlecken. Wir sind einfach die krassesten Klettermeister. Da hoch wahrscheinlich als nächstes, oder? Da geht es aber auch weiter. Ich könnte hier rüber. Hm. Da ist eine Erinnerung. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich, und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Oh, eine Erinnerung verpasst? Oh. Oh. Oh nein, ich wollte doch alles haben. Ich wollte doch nichts verpassen. So. Wo ist Mr. Doc, Sir? Mr. Doc, Sir, wo sind Sie? Ich bin nur ein kleiner Schnurre-Bärt. Ist es euch eigentlich aufgefallen, dass ich meinen phänomenalen Bart abrasiert habe, Chat? Ich habe mich gefühlt wie ein Schaf, das entwollt wird. So. Da geht's rein. Müssen wir in Kabeln hinterher. Alles so ekelhaft hier mit den ekelhaften Fiechsen. Aha. Aha. Oh, Teppich, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich kann nicht kratzen. Warum kann ich nicht kratzen? Ich will sofort kratzen. Da sind Zorks gefangen. Irgendwelche Experimente damit durchgeführt. Ist das Mr. Doc, Sir? Aber der sieht nicht mehr so lebendig. Oh, doch. Der lebt noch. Oh, zum Glück. Warte, du bist kein Zork. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Oh, hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Warum ist der Roboter eigentlich sein Sohn? Also, wie ist ein Roboter der Sohn eines anderen Roboters? Das verstehe ich nicht. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Okay. Muss ich Schweine befreien? Das sind ekelhafte Bakterien. Das sind Zorks. Die befreien wir nicht. Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zorks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigowatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Bei all den Zorks hier ist es zu gefährlich, für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug. Aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Der Defluxor. Erstmal Musik. Eine RTX 15467 drin. Wahrscheinlich. Wichtiger ist, Bücher umstoßen. Das ist unsere Mission. Getränkeautomat. Leider kann ich nichts rausholen. Uns fehlt ja noch ein Getränk. Oh, eine Erinnerung. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Das Einschalten des Generators wird laut sein. Also rechne mit einigen Zorgs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und den Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen. Die Sicherung austauschen, mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Sie waren klein, sie machten Lärm so passend. Erstmal miau. Miau. So, okay. Dann werden gleich wieder die Viechers kommen. Ich bin heute übrigens wieder bei Twitch Clips Germany gelandet, weil irgendjemand einen Clip von mir eingesendet hat. Und zwar den Clip vom letzten Stray Stream, wo ich den Roboter von hinten erschrecke und der dann umfällt. Ist mir ein bisschen unangenehm, weil das war sehr gemein. Ja, der Defluxor. Den hätte ich auch gerne für Menschen, wenn ich so am Einkaufen bin. So einfach mit dem Defluxor und dann so puff, weg damit. Lull. Lull. Das hat ja nicht so gut funktionieren. Funktionieren. Das hat nicht so gut funktionieren. Sprechen, ich kann. So, und jetzt? Wie gelange ich da rüber? Okay, da ist schwierig mit dem Defluxor. Okay, hä? War ja easy. Wie er sich freut. Geiler Typ. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Geil, ey. Können ballern. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquellette zu laufen. Wenn du ihn oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk daran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komm nach Hause, mein Sohn. Und wie kann ich jetzt Defluxor? Geil. Guck mal, da oben. Das ist so eine Anzeige, die mir zeigt, wie viel Defluxor ich kann. Ich werde sowas von alles Defluxen. Schaff all diese Zurgs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Ja, ja, hab ich doch schon. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Aufsache kein Reflux. Vielleicht aber auch ein Schneefuchs. Weiß man ja nicht. Ein Refluxor, der Unerbrechliche. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Es gilt, Rätsel zu lösen. Wir gehen mal in die andere Richtung. Erst mal da lang. Da oben will ich rein. Da oben. Hm-hm. Ich fluchse euch. Oh, ich muss aufpassen. Die Überhitzung. Ui, der überhitzt aber schnell in solchen Gefahrensituationen hier. Der Fluchs ist hier alles weg. Geil, ey, Katze mit Fluchsgerät. Was gibt's Besseres? Oh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. I, fui, schnell weg. Mein liebes Kätzchen trägt kein Lätzchen. Denn es ist kein Gourmet und frisst Scheiße. Ja, guckt mal, da hängt das Abzeichen, hängt sogar da an der Seite. Schönes Detail. Vater, bist du's? Oh, die Roboter und ihre Gefühle. Oh. Roboter-Gefühle sind besser als Menschengefühle. Weil Roboter eigentlich keine Gefühle haben. Und wenn dann doch, ist es doppelt so schön. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr alleine ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zurgs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja. Ich wüsste gerne, wo die Erinnerung ist, die uns noch fehlt. Aber das hängt wahrscheinlich... Ich glaube, ich weiß es, Leute. Das hängt hiermit wahrscheinlich zusammen, die Erinnerung. Da fehlt uns das Getränk. Aber wir hatten das letzte Mal schon alles abgesucht. Ich hatte keinen Automat mehr gefunden, wo wir ein Getränk bekommen. Ein Energy Drink. Er hier, dem fehlt noch ein Song, leider. Kein Automat mehr. Zum Wohl, Dex. Roboter-Gefühle sind einfach sauberer durchprogrammiert als Menschengefühle. Absolut. Momo wartet auf sein Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zurgs hier reinkommen. Wollen wir uns noch einmal umschauen? Ein letztes Mal. Ich werde erst mal ihn zerplatzen lassen. Aha. Okay, natürlich nicht. Lassen keine Roboter zerplatzen. Aber pflanzen! Auch nicht. Kommen wir noch einmal noch so im Schnelldurchlauf schauen wir uns um. Katze. 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 Äh, lol. Erstmal, komm, wir schmeißen noch mal hier alles runter, weil wir es können. Da war das Eingabepad, ich erinnere mich. Einfach nur, weil wir es können. Die Zeit wird es zeigen. Ach, da hinten war das. Ich erinnere mich. Genau, dann war das mit der Uhrzeit. Ich muss kurz einen Schneidersitz machen. Meine kuschelige, süße Katze möchte unbedingt auf mir kuscheln, aber sie rutscht ab, weil ich so ein knochiger Typ bin. Jetzt muss ich hier super unbequem sitzen, aber ich muss, weil Mia sonst runterfällt. Eigentlich perfekt, ich spiele eine Katze, während die Real-Life-Katze auf meinem Schoß liegt. Eigentlich perfekt. Manchmal frage ich mich, ob Mia mich liebt, oder ob ich einfach nur nach Essen rieche. Ich fände beides gut. Flux! So, Oma. Erstmal Oma fluxen. Und gefällt dir mein neues Outfit? Äh, total, Oma. Total. Oma, sag mal, wo ist denn hier ein Getränkeautomat? Da drin waren wir auch schon. Äh, halt, no, äh, okay, doch, ja, okay. Äh, hier war die Bar. Da ist ein Getränkeautomat, aber der ist schon leer. Vielleicht ist es wirklich ein einmaliger Trade, den man hier macht. Entweder man nimmt für drei Dosen das Kabel, oder was es war. Oder war das Kabel nicht? Warte mal. Oh, wir können hier kratzen. Lul. War das, ähm, Kabel war doch ein Item, das wir für Story-Progress brauchten. Das heißt, theoretisch müssen wir irgendwo noch, ähm, noch mal eine Dose finden. Es kann gar nicht anders sein. Notenblatt! Wipp! Geil. Okay, wir haben ein weiteres Notenblatt gefunden. Hat sich direkt gelohnt, sich umzuschauen. Hallo, Karl. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar... Ach, okay, das kennen wir schon. Mr. Karlsherr. Billiard gespielt haben wir auch schon mal. Jetzt sind wir wieder hier. Kneipe. Auf jeden Fall noch mal ein Notenblatt. Okay. Als nächstes schauen wir uns auf den Dächern noch mal um, aber erstmal geben wir ihm das Notenblatt. Der Automat macht auch keine Faxen mehr. Äh, halt, das wollte ich gar nicht. Wollte gar nicht schlafen. Ich wollte mit ihm sprechen. So, ein Notenblatt. Let's go. Morgen über morgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Jetzt wird wieder getanzt, Chat. Oh, ja. Hallo, Jonas. Top-Song. Schön, wie er glücklich ist mit seinem bunten Gesicht. Okay, schauen wir uns oben noch mal um, ob wir da noch einen Automaten finden. Jonas, danke schön für den 28. Monat als Hub. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke. Sind, ähm, zur aktuellen Zeit noch viel krasser eure Subs. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr trotz ihrer Inflation keinem Gas mehr in eurem Grill und, ähm, keinem Benzin mehr in euren Autos hier trotzdem ein Sub lasst. Vielen Dank für den Support. So, die Dächer der Stadt. Schauen wir mal, ob wir noch einen Getränkeautomaten finden. Das ist die Mission. Eimer. So, die haben aufgehört, ihre Dinger hin und her zu schmeißen. Hier oben war die Bude von Momo. Da war aber kein Automat, oder? Wir können noch mal reinschauen, aber ich glaube nicht. Was war das? Übersetzen. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Vorher noch eine Buddel Gas gekauft. War die letzte. Der letzte Mensch auf Erden mit Gas ist Jonas jetzt. Merkt es euch. So, das scheint die Crew zu sein. Seht ihr, wenn man sich nochmal umschaut, gibt es doch immer nochmal eine Kleinigkeit zu entdecken. Ganz schön viel versteckte Infos, Geheimnisse, Collectibles und so das Spiel. Das Spiel ist schon krass. Was war das nochmal? Ah ja, übersetzen, Außenwäldler. Stadt hat eine... Achso, das haben wir auch schon mal gelesen. Okay. Hier konnte man kratzen. Raus. Töpfe runterschmeißen. Sehr gut. Müssen wir schließlich unserem Ruf als Katze auch gerecht werden. Das ist der Automat bei der Bar. Dann hier waren Automaten, den wir geleert hatten. Schade. Brauchen wir gar nicht so lange weitersuchen, denke ich. Da ist die Bibliothek. Von mir aus können wir da auch nochmal reinschauen. Vermute aber, dass uns das nicht viel bringen wird. Wobei, wer weiß, vielleicht versteckt sich hier noch ein Energy Drink. Den wir noch nicht gesehen haben. Versetzen. Ja, das war das mit dem Safe, mit dem Schlüssel. Können wir wieder am Sofa kratzen? So ein ähnliches Sofa bloß in so Oversize-Größe hatten meine Eltern mal. Genau so eins. Okay, aber ich glaube nicht, dass wir hier einen Energy Drink finden. Außer wir machen Musik. Okay, hat auch nicht geholfen. War das auch so verkratzt? Von unserem Hund, ja. Musik kleiner als drei. Wie, Musik kleiner als drei? Dankeschön für 25-Bit-Stacks. Dankeschön. Achso, wegen der Katze, weil ich gerade da drauf rumgelaufen bin. Okay. Wo landen wir? Da kommen wir runter mit dem Eimer. Ah, okay. Okay, okay. Es muss irgendwo noch einen Automaten geben, Chat. Irgendwo muss es noch einen Automaten geben, den wir übersehen haben. Okay. Hier drin vielleicht eher nicht. Na gut, ich werde nicht mehr ewig rum suchen. Ich will ja auch ein bisschen Progress machen. Ich will ja auch ein bisschen��고- Okay. Nee, es scheint mir so, als ob wir hier nicht fündig werden. Lassen wir es gut sein. Let's go. Ab ins nächste Abenteuer. Vielleicht kommen wir später nochmal zurück, wer weiß. Hallo, Lu. Ja, den Anfang hast du verpasst, aber du hast nicht so viel verpasst. Du hast nicht so viel verpasst und kannst du gerne auf YouTube nachholen dann. So. Das ist Momo. Ah, okay, das hier ist sein Boot. Schauen wir uns trotzdem genauer um. Dankeschön, Lu, dir auch. Kann ich glauben, dass du Doc gefunden und den Defluxor bekommen hast. David, können wir die jetzt bald, dass er finden. Los geht's. Mit erstmal rein Deflux. Die Kahn-Alarisation. Ich bin allzeit bereit zu fluchsen. Was gibt's zu feiern, Lu? Abschlussprüfung bestanden. Glückwunsch. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Das ist immer geil, wenn man so eine Prüfung besteht oder so. Wenn man das hinter sich hat, da fällt einem immer so eine Last von den Schultern, finde ich. Das ist schon ein gutes Gefühl. Wie damals, als ich offiziell Jump King von Twitch wurde. So. Kann ich das öffnen? Schauen wir mal. Ausgebildete Hotelfachfrau. Ich habe fast geweint vor Freude. Das ist schön. So. Kann ich das hier? Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Ich weiß, dass ich es nicht so ein paar Mal in der Welt herauskennen kann. Ich habe fast geweint. Oh, ich bin kein frequently. Ich hoffe, dass ich es nicht so ein bisschen was habe. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mal da. Das ist schon mal, was ich bin ganz großartig. Ich habe fast geweint. Aber ich habe fast geweint, wenn ich das hier ja nicht erwarte. Ich habe fast geweint, wenn ich alles verstehe. Ich habe fast geweint, wenn mir aboniert. . Das ist schon mal. Müsste der offizielle Jump King nicht noch das DLC beenden? Ich bin der Jump King, nicht der DLC-King. Erklärt es ja von selbst. So, eben und wenn es hier drinsteht, Decks, dann ist ja auch ganz klar. Wenn es hier drinsteht, ist es ja auch nicht anzufechten, dann ist es offiziell. Zu feier Sushi essen, sehr schön. Dann gibt es eine extra Portion von dem guten Seetang. Mamiya, guten Abend. Hi. So, was ist los, Momo? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Okay, also wieder auch irgendeinen Öffnungsmechanismus finden oder so? Hä? Ach so, okay, er zieht diese Kette da runter. Was ist denn er für ein stronger Roboter? Ja, und jetzt? Ah, okay, ich gehe da durch. Verstehe. Oh, lass bitte nicht los. Echt? Ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Balthasar und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Oh nein, Momo, hoffentlich passiert ihm nichts. Hoffentlich passiert ihm nichts. Hm, 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 hm. So. Alles voller Zwerks. Ich habe gar keinen Bock auf Zwerks. Kurz, kurz, okay, da kann ich nicht lang. Access Control Room. Okay, hier hängt so ein kopfloser Roboter. Interessant. Ich bin super gespannt, was es mit der Story in dem Game noch auf sich hat und wie viel man da auch noch erfährt. Uh, eklige Brühe. Kann ich hier... Oh ja. Dann kann ich wahrscheinlich schon einiges an Problemen... Oh, no. Wurde gerade sagen, ich kann bestimmt einiges an Problemen abwenden, wenn ich die im Voraus schon ein bisschen wegputze. Hallo, Kiwi. Moin. Wie geht's dir? So, ganz vorsichtig Stück für Stück wegputzeln. So. Ich sehe gerade zwei Katzen und ihr so. Es geht seit heute 16.30 Uhr Urlaub und so eine Verspannung im Rücken, dass ich mich nicht mehr schmerzfrei bewegen kann. Oh, erstmal Glückwunsch zum Urlaub, weniger Glückwunsch zur Verspannung in deinem Rücken. Wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, hol dir eine Blackroll. Weißt du, was eine Blackroll ist? Ich zeige euch das mal schnell. Das hier ist eine Blackroll oder auch genannt eine Faszienrolle. Blackroll heißen die eigentlich oft, weil die oft schwarz sind. Das ist so eine Rolle aus hartem Kunststoff, Schaumstoff. Die ist wirklich sehr hart und die gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist zum Beispiel die richtige Größe für den Rücken. Und wenn du so ultra fiese Verspannungen hast, dann kannst du das einfach auf den Boden legen und dich mit ein paar gezielten Übungen, so gezielt müssen sie auch nicht sein, da drüber rollen mit deinem ganzen Körpergewicht. Und das soll richtig fest auf deine Muskeln drücken. Das löst dann nämlich deine Faszien und kann damit so richtig krass Verspannungen lösen. Ich mache das relativ häufig inzwischen und das hilft mir enorm. So, zurück ins Spiel. Wie weit sind wir denn aktuell? Also wie viel Zeit ist seit Spielstart vergangen? Lohnt es sich für mich einzusteigen und ladest du es hoch, damit man es sich nochmals anschauen kann? Fragen über Fragen? Kein Problem, Mia. Du darfst alles fragen, was du magst. Also wir haben so ungefähr drei Spielstunden, wobei ich jemand bin, der sich sehr viel Zeit für Spiele nimmt. Das heißt, bei jemand anderem wären es vielleicht zwei Stunden, würde ich schätzen. Und ja, ich lade die Sachen bei YouTube hoch. Kann man jederzeit auf YouTube bei mir nachschauen, wenn man möchte. Ich sehe vier Katzen. Ich sehe insgesamt sogar mit deinem, äh, deinen zwei, vier Stück. Lull, einfach alle, einfach alle Katzenbesitzer im Chat. Muss ich mir auch mal besorgen. Wirklich, das lohnt sich so. Ich habe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich bekomme gerade meinen Tinnitus da mit in den Griff mit der Faszienrolle, dem ich so krass Übungen mache, um meinen Atlas-Wirbel ein bisschen zu entlasten. Weil, ihr wisst ja, ich sitze auch übel viel rum durch meinen Beruf, durch das Streamen und so. Und da verspannt man sich schon krass. Und ey, mir hilft es krass. Wirklich, mein Tinnitus wird dadurch besser. Also, das ist richtig geil. Zählt die Bell-Katze neben mir auch? Die zählt auch, Arik. Das ist eigentlich eine Trans-Katze. Das ist ein Körper, also eine Katze im Körper eines Hundes. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Bitte, bitte mir. So, schauen wir weiter. Ja, schauen wir, da können wir rein. Ist das sogar der offizielle Weg? Das nochmal hier lang. Kommt gut hin, das beschreibt ihn sehr gut. Ich kriege ja manchmal in deinen Streams so ein bisschen was mit, wenn du was erzählst. Ah, ah. Da kann ich jetzt hinspringen. Hm. Wir haben gefiederte Katzen. Gibt alle möglichen Katzen. Lu hat auch eine Hündin. Gibt es jemanden im Chat, der keine Haustier hat? Gibt es sowas? Ah, eine Erinnerung gibt es hier. Nice. Die Kanalisation, ja. Jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und können ein ganzes Gebäude erfassen. Oh, ich ärgere mich, dass wir eine Erinnerung scheinbar ausgelassen haben. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Ah ja. Ich habe Kinder, zählt das? Zählt auch als Haustiere. Sind auch gefräßig. Brauchen Aufmerksamkeit und Zuneigung. Zählt auch als Haustier. Du hast auch zwei Katzen. Ich weiß gar nicht, warum Mia so aufdringlich ist. Ich muss mal kurz... Ich wurde gerade zu einem Geburtstag eingeladen. Heute, nach dem Stream. Ich muss da mal kurz antworten. Ich muss da mal kurz antworten. So. Ähm... Entschuldigung, Chad, Entschuldigung. RL und so. Gibt es da unten was? Scheint nicht so. Doch. Ja, nein. Ah, hier oben lang. Okay. Hm. Ich habe halt die Befürchtung, wenn wir die jetzt nicht töten, dass wir auf dem Rückweg die Viecher zu Gesicht bekommen. Darum schaffen wir uns die gleich vom Hals. Klug, oder? Ich bin eine vorsichtige Katze. Fumm, 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 fumm. Fumm. Ey, ich bin die dümmste Katze der Welt. Wirklich. Puh. Mann. Hier sind aber auch viele von den Viechern. Gut schon. Keine Angst vor euch. Unangenehme Gegend hier. Ja, das ist gerade sehr bedrückend in dieser Kanalisation. Das stimmt. Darf ich dir einen Tipp geben? Nein. So. Oh, nein. Easy. Ofenkäse. Ofenkäse fand ich immer geil, muss ich sagen. Ofenkäse fand ich schon immer richtig geil. So. Wie geht es hier weiter? Im Schalter oder sowas? Hm. Hm. Für was habe ich das jetzt alles... Ah, hier ist der Schalter. Okay. Oh. Oh, ich habe gerade in den Chat geguckt. Fuck. Das war ja jetzt, äh, ungünstig. Hä? Hä? Oh, nein. Jetzt sind die Viechers alle wieder da. Komm, scheiß drauf. Wir fliehen einfach. Okay. Okay. Merkst du... Was sind das für Augen? Schnell weg. Was war denn das, ey? Hm, hm. So. Nun auch wieder welche. Gar keinen Bock. Sag mal, kann es sein, dass wenn ich... Ja, wenn ich zu nahe komme, platzen die. Okay. Verstehe. Creepy war das. The walls have eyes. Genau, das wollte ich dir sagen. Ja, ja. Bitte keine Tipps. Bitte keine Tipps. Ich möchte das Spiel ganz, ganz selber erkunden. Und wenn es manchmal auch nicht einfach ist, anzuschauen, wie ich reinfeile. Ja, ihr schafft das. Türschloss öffnen. Da müsst ihr euch gleich eine Kombination wissen, oder? Ah, nee. Okay. Hä? Was ist jetzt hier aufgegangen? Ja, diese ekelhaften Augen. Welche Tür ist aufgegangen? Hm. Oh. Oh. Mit die Bossmusik, wann ist das aufregend? Spende an Smackis für deine Katzenraute, Katzenliebe. Dankeschön, Lu, für den Sub. Ein halbes Jahr schon. Dankeschön, Lu. Dankeschön. Ja, die Katzen kriegen in einer halben Stunde, kriegen die Abendessen. Kriegen sie einen kleinen Extrasnack für den Sub von Lu. Was ist mit den Augen? Die sollen mal zum Optiker. Die brauchen eine Brille. Macht die Katzen schön und muss sie cool. Jetzt aber los hier. Oh, ich hab keinen Bock. Ich... Ganz schön schwarzhaft, weil ich so oft miaut hab, weil ich nicht so ein Befehl bekommen. Weg hier. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Das leide ich rein. Easy. Oh. Die Katzen schön rumz. Dankeschön, Dex, für 25 Bits. Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Oh. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Oh nein, wir müssen vorsichtig sein. Shit. Erstmal hacken. Eieieiei. Kein Defluxor mehr. Nur noch eine normale Lampe. Wobei war der Defluxor so praktisch. Ich hasse es, wenn wir Spiele mächtige Waffen geben, um sie mir dann wieder wegzunehmen. Komme ich als nächstes vielleicht einen Zerhäcksler statt einem Defluxor? Damit wäre ich einverstanden. Ich kann einfach da unten durchlaufen. Lull. Moin, Mr. Samurai, Sir. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat, der kleine Außenwäldler? Waltersar, der Außenwäldler, hatte ich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Oha. Wake up, Samurai. Dein Defluxor ist hinter dir und beleuchtet die Wand. Stimmt. Ich hab hier einen Defluxor. So, Ameisendorf. Interessant. Guck mal, da ist wieder so eine Kapsel. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Ich glaube immer noch, dass B12 der Wissenschaftler ist. Ich glaube, dass die Menschen, das ist meine Theorie, ihren Geist, weil die Erde am Arsch war oder so, hochgeladen haben, ins Netz oder in die Maschinen geladen haben, in die Roboter geladen haben. Aber weil natürlich bei so einem Prozess irgendwie vielleicht nicht alles von dem eigenen Geist erhalten bleibt, vergessen, da haben die das vergessen oder so. Oder wollten es auch vergessen. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Und da wird's bestätigt, meine Theorie. Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber im Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. Da wird's bestätigt. Ey, ich bin einfach ein Genie, Chat. War es... Es war... Ich war es... Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Das glaube ich dir. Einfach Mastermind. Die Menschen sind dann wie zwölf Mann gestorben. Wahrscheinlich, ja. Weil sie alle zu Veganern geworden sind, Dex. Es tut mir leid, ich... Es tut mir leid, ich... Ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Treffen, treffen, treffen. Erstmal kratzen. Ist das aus irgendeinem Film, Olli? Erinnere ich mich jetzt nicht dran, das zu kennen. Vegan ist eine Mangelernährung. Seit der Umstellung habe ich 14 Kilogramm verloren. Und zwar 14 Kilogramm Vitamine. Kein Fett. Sondern nur 14 Kilogramm Vitamine hast du verloren. So, ich kann mit denen allen nicht sprechen. Na ja, sagt mir nichts, Olli. 14 Kilogramm Vitamine. Ich bin 12. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen. Aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Ganz schön harter Tobak, die Story. Wow. Ist das hier Balthasar? Was ist das? Lul. Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenwäldler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenwäldlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine? Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dort hinbringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Was ist denn Clementine? Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Das Spiel ist unheimlich stimmig. Ich habe schon ganz lange nicht mehr so eine Faszination auch für ein Spiel gehabt. Ich sehe das mit diesen Bildschirmen da. Und da ist der meditierende Roboter. Und irgendwie haben die Menschen sich hochgeladen. Und dann die Mucke. Das erholt mich ganz krass auf einer emotionalen Ebene ab, das Spiel. Das ist was ganz Besonderes. Ach, schön. Transzendental. Meditierende Zähne, vielleicht. Die Mucke ist so geil, oder? Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt zieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden können, wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen. Und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen. Oder weiter ins Stadtzentrum. Jetzt erstmal nochmal nach unten. Also wirklich, wirklich, wirklich. Elden Ring war ein fantastisches Spiel. War auch richtig, richtig gut. Final Fantasy Remake habe ich ja dieses Jahr auch nochmal gespielt, weil es ja für die PS5 rauskam. Und der DLC auch übel gut. Aber mich auf so einer speziellen Ebene abzuholen, lange nicht mehr. Hollow Knight, auch ein gutes Spiel. Aber das hier ist was Besonderes. Ich sag's euch. So, erstmal mit den Leuten ein bisschen quatschen. Elektrozorks überall. Ich Mucke. Hey, Knoblauchente. Moin. Geht's dir? Statistisch gesehen hatte ich mindestens achtmal gewinnen müssen. Okay, jetzt hier nichts Neues. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Geil, okay. Mei ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird, wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Er erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh nein. Ist ja traurig. Ein Wasserfall hier auch schön einfach. Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahr. Ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt er mich in seinem Schoße schützt. Sollst du auch sein, mein Grab? Sollst du auch sein, mein Grab? Ist dir das zu feierlich? Na ja, für ein Gedicht ein bisschen wenig Reime benutzt, aber sonst ganz okay. Und macht's dir Spaß? Übel, Knoblauchente. Übel. Das ist für mich bisher das beste Spiel 2022. Hallo, Bobby. Was gibt's Neues bei dir, Bobby? So, das hier schickt mich immer noch so mit diesem Bildschirm und so. Na gut, dann weiter, Chat. Weiter, weiter. Hier geht's nach unten. Eine Bar. Mit einem Lampenschirm auf dem Kopf. Dieses Essen ist wirklich grässlich. Aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Was ist da denn? Kabel. Kann ich mit dir sprechen? Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Rahmen. J45. Mit meiner Geheimzutat. Geil, einfach. Nix. Nix ist gut, Bobby. Wenn man antworten kann, gibt nix Neues, dann ist das gut. Heißt nämlich, dass es schon mal keine Bad News gibt. Ich finde immer das größte Privileg, das man haben kann als Mensch, ist, wenn man nix zu erzählen hat und Langeweile, dann lebt man den Traum des Wohlstands. Ich wünsche uns allen viel, wenig zu erleben und viel Langeweile. Dann leben wir den Traum des Wohlstands. Aber auch keine Good News, die kommen schon noch. So. Weiter nach oben. Wie geht es weiter? Hier, ah, guck mal hier, der Pfeil. Muss gleich weiter aufräumen, war fleißig, vorhin Fugen fertig gemacht, dann entrümpelt, erstmal Essen bestellt, Tofu mit China-Nudeln. Geil, ey. Mega Hunger und danach weitermachen. Ich muss nachher auch nochmal einen Snack essen. Ich hole mir nachher auch nochmal einen Snack. Ich bin heute sauhungrig. Irgendwie habe ich gestern brutal kalorienverbrannt gefühlt. Bilde ich mir zumindest ein. Ein Tag in friedlicher Muße zu verweilen, bedeutet für einen Tag lang, ein Unsterblicher zu sein. Stimmt, Olli. Stimmt einfach. So. Ich muss hier was runterschmeißen. Kann ich nicht. Wie stimmig das hier alles ist. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Ist das eine Quest? Wahrscheinlich. Mir ist langweilig. Tante Clementine hat dir früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt. Clementine scheint ja richtig was auf dem Kasten zu haben. Ich musste gestern, war ich 16 Stunden auf Arbeit, musste gestern aus, ja, ich musste mich gestern dringend um was kümmern, weil unser CTO, was sozusagen was verkackt hat, musste ich gestern in meinem Urlaub einspringen. Aber ich bin es gewohnt, das mache ich seit 10 Jahren, kümmere ich mich darum, das auszubaden, was andere verbrocken. Dafür lasse ich mich immerhin fürstlich belohnen. So. Wow, das ist hart. Ja, ach. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. War früher Zimmermann. Das war hart. Erstmal deinen Stream gemiessen. Ja. Ich genieße eure Anwesenheit, Chad. Schön. Schön. Das sieht aus wie eine U-Bahn oder so, oder? Das ist eine U-Bahn-Station. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmitteln gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Chad, wer von euch fährt alles U-Bahn? Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Knoblauchende fährt U-Bahn. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Ey, da muss ich eine kleine Story erzählen zum U-Bahn-Chat. Das mache ich gleich, warte mal. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Okay. Was wollte ich erzählen bezüglich U-Bahn? Ich bin ja in einer ländlichen Gegend groß geworden. In einer Kleinstadt erst aufgewachsen. Dann irgendwann mal aufs Dorf gezogen und so. So, ich bin schon so eine Land, so eine, wie sagt man? So eine Landpromenade oder so. Keine Ahnung. Promenaden? Ich weiß auch nicht. Ich bin halt ein Landei. So. Und auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich mit 14 oder 15 war. Ich glaube ich das erste Mal in Berlin. Ich bin da mit einem Kumpel. Da haben wir so eine kleine, ähm, ja. Da sind wir irgendwie für ein paar Tage nach Berlin. So eine kleine Reiseurlaub. Und dann sind wir in Berlin halt auch ganz viel U-Bahn gefahren. Und das hat mich so geflasht. Das hat mich so geflasht. Erstmal, wie groß die Stadt war. Und dann, dass überall unter der Stadt einfach Tunnel sind. Wo man fährt. Mit der U-Bahn. Ich habe mich dann gefühlt so, ähm, ich hatte, ähm, damals schon, war, es war damals schon Final Fantasy 7, mein Lieblingsspiel. Und ich habe mich gefühlt wie, äh, Under the Rotten Pizza. Also unter der Platte in Final Fantasy, wo man dann mit dem Zug so rumfährt. Und ich so, ich war total geflasht. So alles kam mir total riesig vor und so. Das war, war wild für mich. Wenn ich im Homeoffice bin, dann mit den Öffis hauptsächlich aber mit Bus und Schwebebahn. Oh, die feine Dame fährt mit der Schwebebahn. Noch nie mit einer U-Bahn gefahren. Ja, meine U-Bahn gibt es ja auch nur in Städten, ne? Wenn man jetzt nicht in einer Stadt lebt. Ähm, oder nicht mal irgendeinen Stadturlaub gemacht hat, wo eine U-Bahn fährt. Landei oder Landpomeranze? Pomeranze war das Wort, was mir gefehlt hat, Olli. Danke. Pekinger U-Bahn war krank. Das ist wahrscheinlich noch viel wilder als Berlin. Damals fand ich es auch. Aber wenn man jeden Tag fährt, so lala. Aber wenn ich woanders U-Bahn fahre, finde ich es wieder spannend. Alleine, äh, da es schön kühl ist. Ja, ich kannte das halt überhaupt nicht. Drum war das für mich so spannend. Und heute ist das auch nichts mehr Spannendes für mich. Ich bin so oft in irgendwelchen Städten irgendwelche U-Bahnen gefahren. Gerade wenn ich beruflich irgendwo war, in der Stadt, auf Messe oder so, fährst du dann jeden Tag. Und dann ist das irgendwann auch nichts Besonderes mehr. Aber trotzdem so, wenn man es gar nicht kennt, finde ich schon was Interessantes. U-Bahn kenne ich aus London. U-Bahn kenne ich auch aus Bochum und Düsseldorf. In Japan war Bahnfahren mega. Da hatten wir einen Ausblick. Ich muss mal das Video von posten. Habe 30 Jahre in Karlsruhe gelebt und bin dort weggezogen, bevor die Innenstadt umgebaut war. Nun lebe ich mitten in der Pampa und weit und breit keine U-Bahn in Reichweite. Und findest du es schön, in der Pampa zu leben? Ich lebe inzwischen auch wieder in der Pampa. Ich habe vorher in der Stadt gelebt und bin sehr gezielt voll in die Pampa gezogen und muss ehrlich sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Pampa inzwischen. Liegt aber vielleicht auch dran, dass ich schon ein paar Tage älter geworden bin. Ich glaube, so früher hätte ich es kacke gefunden, wieder auf dem Dorf zu leben. Aber inzwischen ist es das Geilste für mich. Ich bin richtig ein Dorfkind. Ja, nie wieder Stadt. Ich finde Städte schon geil, aber nicht um dort zu leben, sondern um Freizeit in Städten zu verbringen, finde ich Städte geil. Aber nicht zum Leben. Eine Erinnerung. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Touring-Sets, Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Oh ja. Oh ja. Habe ich das letztens erzählt? Ich habe eine meiner Lieblings-Fantasy-Buchreihen zu Ende gelesen im Urlaub. Und war dann echt traurig, weil ich bin immer traurig, wenn ich so eine Geschichte zu Ende lese, weil ich weiß, die ist jetzt vorbei. Diese Geschichte wird nicht weitererzählt. Das ist wie, wenn man einen Freund verliert oder so, finde ich so. Weil man dann, man verbringt ja theoretisch mit den Menschen in dem Buch Zeit. So, die gibt es nicht wirklich. Aber ein gut geschriebenes Buch holt mich da emotional schon ab. Dann bin ich immer traurig, wenn ich eine Buchreihe fertig gelesen habe. Und dann habe ich eben entdeckt, dass es eine Fortsetzung zu der Buchreihe gibt. Und habe mich mega gefreut und habe mir die jetzt bestellt. Habe ich auch schon angefangen zu lesen. Ich kann es euch kurz zeigen. Hier. Zuletzt hatte ich gelesen, die Gilde der Schwarzen Magier. Und die Fortsetzung der Reihe heißt Sonea. Das da lese ich gerade. Habe ich euch schon mal mein fancy Lesezeichen gezeigt? Das ist absolut fancy. Das ist das wildeste Lesezeichen aller Zeiten. Guckt mal. Das ist so ein 3D-Lesezeichen. Swoosh, Swoosh. Verwirrung. Ganz wild. So. Bobby schreibt, wollte ich gerade sagen, klar gibt es eine Fortsetzung. Ich wusste das nicht, Bobby. Ich wusste das nicht. Erst nach unserem Gespräch habe ich mich nochmal damit beschäftigt. Und dachte dann, was? Was? Geil. Man muss halt auch ein Auto haben. Ich würde auch gerne auf dem Land wohnen. Aber ohne mobil zu sein, ist man da schon sehr am... Ja. Ja. Auto ist super auf dem Land. Das stimmt. Das stimmt schon. Wenn man keins hat, ist auf dem Land schon ein Nachteil. Aber geht auch ohne. Lebe in der Stadt, direkt an einem Park. Super leise hier. Nun ziehe ich am Po der Welt. Ja, wieso ziehst du um, Knoblauchente? Finde es vor allem auch für meine Kinder viel schöner. Bin im Herzen schon immer ein Landei. Bin ich dann auch immer. Wahrscheinlich meint Lara traurig. Ich hasse es, wenn Bücher oder Spiele generell zu Ende gehen. So näher kenne ich. Hammer. Hammer Buchreihe. Richtig schön geschrieben. Tolle Themen. Gar nicht so eine krasse Geschichte. Aber ganz toll erzählt, finde ich. Was geht es in dem Buch? Also, in der ersten Reihe, Gilde der Schwarzen Magier, das ist eine Fantasywelt, das ist ein Fantasy-Roman, da geht es um eine junge Frau, die aus einer, sagen wir mal, sehr sozial schwachen Schicht kommt, die entdeckt, dass sie magisches Talent hat und dann in, ja, sag ich mal, über, also, ja, damit zu kämpfen hat, dass Leute aus der sozial unteren Schicht eigentlich nicht in der Magier-Gilde aufgenommen wird und, ach, einfach lesen. Lest es einfach, ist ganz fantastisch. Und in der zweiten Reihe weiß ich noch nicht, worum es geht, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich finde, alle Bücher sind nice. Ich habe bisher nur die Reihe gelesen, Bobby. Ich glaube, ich werde mir die Trudy-Canavan-Sachen noch mehr reinziehen. Bis gleich, Knoblauchente. Näher zur Familie, sicherlich auch eine gute Entscheidung. Kommt auf die Liste. So. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Genau, das haben wir uns ja darauf. Was? Schon wieder Erinnerungen verpasst? Zwei gleich. Wo sind all die Erinnerungen? Weil ich, bin ich unaufmerksam geworden? Gegenstand zeigen. Hier das Foto. Hier das Foto. Hä? Macht er irgendwie nicht. Seltsam. Möchte nicht mit dir reden. Vielleicht, ja. Äh, moin. Äh, moin. Äh. Was passiert da? Okay. 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 Ich sag mal so, Chat. Okay, der ist nicht erschrocken. Scheiße. Ich habe dir schon fünfmal gesagt, Josh, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so fleischflauschig aus. Ein sehr flauschiger Roboter. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Du sollst jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay, Josh. Gesucht, Clementine, Unruhestifter, Außenwäldler, rebellisch, bitte eklige Sichtung melden. Uiuiuiui. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Okay. Getränkeautomat. Aber der läuft nicht. Shit. Äh, Polizeiroboter oder was? Ihre Identität bitte, Friedenstifter 22106. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Nein, bitte nicht rebooten. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wer nach Clementine sucht, versteckt es sich bestimmt in der Residenz. Es ist ja Diktatur hier. Hörst du was da unten? Diese Ebbe, diese Flut. Die Stadt verfolgt mich. Sie verspottet mich. Oh, Clementine. Hier habe ich früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Pst, hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Na, schau mal hier. Oh, da oben kann ich mit dem Eimer zurück. Kann ich da hoch? Nope. So. Ich wollte ihn erschrecken. Ist aber nicht schreckhaft. Aber trotzdem fast hingefallen. Trottel. 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 Stattzentrum. Trophäe erhalten. Ein Katzensprung. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Oh, hey, was zeigst du mir denn da? Einen Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in diesem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Wir sind alle sehr unfreundlich hier. Alle sehr unfreundlich hier. Geil, dass es aussieht, oder? Sieht aus wie Shibuya. Wer von euch war schon mal in Shibuya? Ich noch nicht, aber ich will unbedingt mal nach Shibuya. Residenz, Ladenstraße, Neko-Korb. Bei der Neko-Korb arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Oh, es ist 20 Uhr, Chat. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich mache schnell den Katzen, was zu essen. Mia ist gerade schon wieder auf den Schreibtisch gesprungen. Die will mir sagen, dass sie Hunger hat. Ganz kurze Pause und danach geht es weiter durch Neu Shibuya. Bis gleich. Und dann geht es weiter durch Neu Shibuya. Bis gleich. Bis gleich. Und dann geht es weiter durch Neu Shibuya. Und dann geht es weiter durch Neu Shibuya. Bis gleich. Bis gleich. Dann geht es weiter durch Neu Shibuya. Und dann geht es weiter durch Neu Shibuya. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die meinte, sie verkauft mir nichts. Und ich soll bitte die Hose wieder anziehen. Äh, was? Was sagen? Du hast irgendwas falsch verstanden gehabt. Du hast da irgendwas falsch gemacht, mein Freund. So. Ist das Muckbahn, wenn wir gemeinsam essen? Spieltitel ändern? Hä, wieso? Und was ist Muckbahn? Muckbahn ist läufig. Ich muss mich bitten, beim Essen zugucken und hören. Ah, okay. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er es jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Muckbahn war früher im Stream mit Zuschauern essen, mittlerweile oft einfach riesige Mengen fressen. Okay. 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 Also, sagt mir nix, Chat. Ich habe halt andere Fetische als ihr. Türsteher. Ist das hier ein geiler Club? Der Club ist geschlossen, hau ab. Boah, ich will auf die Party, Leute. Der Getränkeautomat, da funktioniert noch, Leute. Lass mal mit ihm reden. Pylone auf dem Kopf. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hä? Hol sofort. Ich hasse alles. Ich wollte mir da eine Limo holen. Komme ich vielleicht nie wieder zurück in die Stadt? Scheiße. Hm, hm, hm. Bis das Schloss abfällt. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Was ist, äh, okay. Du schaust dir Zeug an, Knoblauchente. Aber klar, schaust du ja auch mein Stream. Verdammt. Was ist das für ein Zitat, Olli? Das habe ich niemals so gesagt. Völlig frei erfunden. Aus der Luft gegriffen. Moin. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam. Und jetzt ist sie geschlossen. Oh, Schraubendreher ins Knie ist übel. Auch wenn nicht der Typ nervt. Er ist mein einziger Kunde. Versucht bitte, ihn nicht zu verkraulen. Okay. Wie groß ist das hier? Alter. Mr. Polizist. Willst du machen? Ich bin ein Gesetzloser. Nein, weg hier. So, kam ich von hier? Ich glaube, ich glaube, ja. Ah ja, hier war ich, glaube ich, abgebogen. Ich bin einfach ein Gesetzloser. Ich habe zu tun. Was willst du? Hau ab. Okay, sehr, sehr nett. Ich bin nur eine Kiste. But then I got a screwdriver to the knee. Das zeigt, was Menschen für Klicks tun, ohne an ihr Leben zu denken. Die Menschen, die das unterstützen, dazu beitragen, dass die Menschen sich selbst umbringen, durchs Überfressen. Traurig, traurig. Ja, ist halt ein Extremfall. Wer sowas macht, hat wahrscheinlich, sage ich mal, Probleme, die nichts direkt mit dem, mit Klicks zu tun haben oder so. Denen wahrscheinlich schon ganz andere Probleme im Hintergrund. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Neko-Korb-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel, biete ich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Und wer heutzutage auch, sage ich mal, irgendwie... Jetzt ist mir der Gedanke verflogen. Ich sage es euch, wenn es mir wieder einfällt. Das Spiel ist viel zu interessant, als dass ich klare Gedanken fassen könnte. Gut, dass du uns hast, wenn wir dich bei guten Dingen anfeuern. Ich habe den besten Chat. So. Der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Aller Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße. Dann kommt ein Stockwerk und eine Tür nun ab. Sollte ziemlich leicht zu finden sein. Bist du einer dieser jungen Erbauten, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm. Frag nicht nach einem Kredit. Lul, da ist so eine Gitarre, wie der Typ unten hatte. Gegenstand einfügen. Wähle gegen... Oha, wenn ich eine Kassette finde, kann ich die hier rein machen. Geil. Ich werde erst mal gedanst, Leute. Was? Oh. Sie an. Geheimgang. Easy. Das Symbol. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange Leben für die Außenwäldler. Okay. 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 Wenn ihr euch zu einer Gruppierung zählen müsstet, Chad Sowas wie Gothic, Punk Hip-Hopper Gangster 0815 Durchschnittsbürger Keine Ahnung, irgendwie sowas Zu was würdet ihr euch zählen, wenn ihr es müsstet? Nein, Sachen, die es gibt, Knoblauchente Kannst du nicht einfach Dragons sagen? Bei Dex war mir das klar Da kann ich nicht durch, wie es aussieht Lichtschranke Was passiert, wenn ich da hinlaufe? Weep, weep, macht es dann Okay Da kann ich auch nicht durch Mit dem los, der ist ja gar nicht gut drauf Er hat ein Auto Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern Und bösartig, sie haben meinen Kumpel Pablo Er hat 350 Jahre abzusitzen Sei also vorsichtig Pablo Bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen Wurde von den Wächtern angebrüllt Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache Aber warum? Kiwi ist ein Gothic Knoblauchente ist ein Rocker Wieso war das bei mir klar? War halt klar, Dex Zählt Nerd auch? Ja, Nerd ist auch eine Gruppierung Tut mir leid, der Laden ist geschlossen Ich warte auf die Lieferjungs Aber die lassen sich ganz schön Zeit Hä, was ist das für ein Bild? Oh, ich kenne sie Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind Von der Außenwelt Ich will doch nur eine Limo Moin Die selbe Frisur wie der Musiker unten Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Okay Das kommt davon Ich werde alles runterschmeißen Werden wir sehen, wer hier wen mit echtem Geld bezahlt Äh, äh Äh Oh Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeiten Das Verhalten der Menschen nachahmen Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal Als ich noch ein Mensch war Es war klein und einladend Der Name der Bedienung war Ich weiß es nicht mehr Er fing mit M an, glaube ich Oh, einige Erinnerungen, die es zu finden gibt Huch Und wie komme ich wieder runter? Dann Nerd Was macht ein Nerd für dich aus? Knoblauchente Nerdpunk Wie er du mit Hang zu Anarchismus und Nihilismus Flower ist auch ein Nerd Margarete Margarete Margareta Okay Ich dachte, es funktioniert vielleicht noch ein zweites Mal Erstmal einbrechen Oh, ein Barbier Weißt du Arbeit ist Arbeit Slippi Verlier nicht den Kopf darüber Ach ja Clementine Sie war einmal hier Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite Das Haus ist gleich rechts Wenn du meinen Laden verlässt Oh, was ist denn das für ein komisches Gefühl? Mehr Erinnerungen Der Friseursalon war ein sozialer Treffpunkt An dem die Menschen zusammenkamen Reden Witze erzählen Geheimnisse austauschen Es war ein fröhlicher Ort Selbst nachdem die Menschen fort waren Haben die Menschen den Laden am Laufen gehalten Stellte sich heraus Dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon Nicht unbedingt notwendig waren Geil Dann kann ich auch in den Friseursalon Geil Farbe, Leute Farbe Süß Wusstest du, dass die Schrift von dem Spiel lesbar ist? Ne Ne Musste ich nicht So, mein Controller schnurrt wieder Ich würde mich als Nerd subtiler Art und Weise bezeichnen Menschen tendieren immer dazu Zu denken Sie seien so eine Snowflake So eine einzigartige So Ich zum Beispiel bin Ich würde mich als Hausmeister bezeichnen Ist der einzige Hausmeister auf Twitch Kann ich das Alphabet schicken Das meiste ist sogar gut lesbar Danke, danke Wäre ich jetzt nicht machen Geil Ich habe versucht Ein Zielbot runterzuladen Um der Beste bei diesem Spiel zu sein Habe mir aber eine Malware eingefangen Oh nein Bin mir nicht sicher Warum Jetzt kommt mir alles schräg vor Ich habe jedes Spiel gemeistert Das es jemals gab Aber wie das hier funktioniert Kann ich dir echt nicht sagen Kapiere ich hier irgendetwas nicht richtig Du musst dieses Bild anschauen Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich Sie suchte nach Informationen über alle möglichen Sehr alten Gerätschaften Seltsam So, ich zeige euch, wie das Spiel geht Einlochen So geht das Zack Zack Mach das rein jetzt hier So geht's Untertitelung des ZDF, 2020 So, Tonin, kenn ich nicht, ich mag so ziemlich alles Nettes Bild, ich hab dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich Sucht nach Informationen über alle möglichen sehr alten Gerätschaften, selbstverständlich Mein Lieblingstrink ist Öl, was ist deins, Maymut? Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen Ich wünschte, ich könnte so klein wie du sein, wie du und neue versteckte Orte auskundschaften Das hier ist eine schöne Ecke, mit dem Bonsai-Baum Ich finde Bonsai-Bäume richtig geil, Chat Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal noch einen Bonsai-Baum zulegen Also einen richtig geilen, an dem ich dann immer so rumschneide Ihr seid natürlich alle besonderen Snowflakes bei mir im Chat Ist ja wohl ganz, ganz klar Hier hinten waren wir, glaube ich, schon Ja, 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 ja Okay Ist es nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann? Ja, aber was raucht er da? Okay So, moin Um einem Hausmeister beim Stream zuzusehen, muss man besonders sein? Stimmt Hey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen Die Kamera Schade, ey Hier sind so viele Getränkeautomaten Ich Hatte geglaubt, ich würde noch an eine Limo kommen Aber der Zug scheint abgefahren Kassettenband, geil Ey, diese Kassetten gehören uns Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Könnte dir eine geben Aber dafür müsst du etwas für Jenma, Miko und mich tun Die Wächter haben drei Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen Dir gefällt Das gefällt uns ganz und gar nicht Kannst du uns vom Hals schaffen? Easy Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben Erstmal um die Kameras kümmern hier Spliffobot 420 Geil Ich liebe Getränkeautomaten Ich glaube, hat dieselbe Wirkung auf mich wie Modelleisenbahnen auf andere Okay Was ist das geilste Getränk aus dem Getränkeautomaten? Und Dose oder Flasche? Wer Flasche sagt, wird sowieso direkt gebannt Mais aus der Dose Knoblauchente ist halt auch ein richtiger Troll Eine Trollin Frechdachs Frechdachs, diese Oh, nice Kriege ich das? Ah, sehr gut Mais aus der Dose ist geil Ja, aber ist ja kein Getränk Aber ja, Mais aus der Dose ist geil Uludag Ha, Uludag geht halt nur hin und wieder Uludag ist so Irgendwie ist es auch ganz schön eklig Wenn man sich ehrlich ist Zwei Kameras Wo ist noch einer? Hier noch irgendwo eine Kamera Es waren noch drei Kameras, oder? Erstmal kratzen Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erst alle meine Kugellager geölt Wo ist die letzte Kamera? Da Easy Ich habe mir zum Dürüm immer eine Dose Ofenkäse Dürüm Jonas lebt auch den Bluthochdruck Lifestyle So In Japan haben die so viel in den Automaten Da kann man sogar sich von ernähren Muss man sich mal überlegen Suppengetränk Nein, welches Erfrischungsgetränk? Welche Limo ist die beste? Nicht Mais und nicht Suppengetränk Anarchie Cat ist mein Held Cola und Eiskaffee Hallo Mucki, Schau und Raid Danke für den Raid Wir gehen gerade der Frage nach Was das beste Getränk aus dem Automaten ist Und ob aus der Dose oder aus der Flasche Wobei aus der Dose eigentlich selbstverständlich ist Herzlich willkommen Ich hoffe ihr hattet einen schönen Stream Vielen lieben Dank für den Raid Und ja, wir streunern hier gerade rum In der Welt der Roboter Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen Ich habe die ganze Woche damit verbracht Diese Sitzung vorzubereiten Ich bin Pen Paper, geil Tut mir leid Ich weiß nicht, wo ich hingesteckt habe Aber lass uns trotzdem spielen Ich werde in diese Höhle gehen Los geht's Geil Einfach schön am Pen Paper spielen So Jetzt können wir da unten Uns eine Kassette abgreifen Und die dann in dem Einladen auch hören Wie gefällt dir Stray bisher? Ist das beste Spiel dieses Jahr Würdest du auch Bier aus der Dose präferieren? Nee Aber aus der Flasche Aber nicht aus der Plastikflasche Dann lieber aus der Dose Die gehen ja richtig ab Die Jungs Gut gemacht Ich hätte nicht gedacht Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst Hier, nimm deinen Preis Du hast ihn dir verdient Ein Kassettenband Let's go Jetzt gehen wir erst nochmal zurück Im Einladen konnten wir ja Uns eine Kassette anhören Es müsste der Laden hier unten gewesen sein, oder? Dann der Umkleidekabine da hinten Ja Ja, volle Dröhnung Geil Okay Er kommt jetzt nach hinten bei dem Lärm Kann ich jetzt irgendwas Unerlaubtes tun? Während er da hinten abgelenkt ist Kann ich doch sicherlich irgendwas Unerlaubtes tun Was soll das ganze Fell an deinem Körper? Verdammt, wie schalten wir das Ding nur ab? Geht komplett durch Hallo K-Docs Hallo Hemd Moin Das beste Getränk aus dem Automaten War die Brühe aus dem Automaten Im Hallenbad In meinem Heimatort Schön nach dem Schwimmen Immer ein Becher gezogen Erfrischungsgetränke Keine Suppen und keine Brühen PT Bier Beste Nee Boah, nee Ekelhaft Ah Guten Appetit, Flower So, weiter geht's So Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Geil. Da hinten ist deine Adresse. Es ist genau hier. Genau hier. 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 Na, wo denn jetzt? Hier. In diesem Wasserhahn. Hier? Schau mal, da kann ich rein. Haha. Ich brühe über mein Erfrischungsgetränk. Einfach Edgy Lara wieder zugeschlagen. An der Haltestelle bei der Bahn gibt es immer so ein Multivitamin-Getränk aus der Flasche. Ist auch prima. Durstlöscher ist ein geiles Getränk, oder? Einfach easy Durstlöscher. Was ich nicht geil finde, was viele geil finden, was ich aber gar nicht raffe, ist Capri-Sonne. Was ist an Capri-Sonne geil? Da ist doch nichts dran geil. Was? Wer bist du denn? Ach, das ist Clementine. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Lass mal einen Gegenstand zeigen hier. Warte, also hat Balthazar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du ja nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht. Seit ich das Ameisendorf verlassen habe, aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Ich finde beides so. B, Ware, nur dass Durstlöscher noch mehr Zucker hat. Durstlöscher noch mehr Zucker wie Capri-Sonne. Echt jetzt? Ist ein Durstlöscher geil? Ist das ja nicht das gleiche wie Capri-Sonne? Das sind Welten, Unterschied. Ich als Erfrischungsgetränk-Gommi, als mehrfach Zertifizierter, sage dir das. Dass da Welten dazwischen liegen. Regt euch ab. Luan will nur provozieren. Hä? Ich habe noch nie jemanden provoziert. Ich produziere immer Leute. Wie schön die Wohnung ist. Nichts geht über Orangensaft in einem Literpack. Wein aus dem Tetra-Pack. Beste. Schön lecker Wein aus dem Tetra-Pack. Besser geht's nicht. So, und nun? Jetzt kann ich da hoch, oder? Nein! Nach oben! Oh, erstmal hier hin liegen. Weil es so schön ist. Oh, ist das wholesome. Wein aus dem Tetra-Pack passt hervorragend zur Suppe aus dem Plastik-Schlauch. Ach, ist so geil, ey, wie jetzt der Controller wieder schnurrt. Dieses Spiel einfach zu gut, Leute. Jetzt mal kurz, alle mal kurz runterkommen. Das Schnurren einer Katze in euch spüren. Ich hebe es mal hier hin. Ihr hört es wahrscheinlich wieder nicht. Meine Freundin sagt, ich darf dir nicht mehr zuschauen, weil du die Sonne nicht magst. So. Wenn ihr meine dunklen Geheimnisse kennen würdet, Chat, dann wäre hier aber mal ganz schnell nichts mehr los im Chat, sage ich euch. Milan, hi, wie geht's dir? Wenn du da eine Stunde liegen bleibst, bekommst du ein Achievement. Woll. Die Wohnung ist wirklich richtig schön, ey. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Yay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay. Sag mal, da oben, wo wir jetzt gerade waren, haben wir da eigentlich jetzt nichts gefunden? Diesen Ort hier zum Rumliegen. Aber sonst? Aber super chillig die Wohnung. Hammer. Ich würde sofort einziehen. Richtig, richtig schön, oder? Das ganze Spiel hat so eine, irgendwie so einen, so einen japanischen Laufi, Laufi-Style irgendwie, so. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Sehr gemütlich irgendwie. Angenehm. Magig. Ist München heimgekommen. Was hast du in München gemacht, Melan? Mir geht's auch gut, danke. Ich war heute nicht in München. Ich war gestern in Kempten. So, Bomberjacke und Goldkette. Schauen wir mal. Der hat keine Bomberjacke und keine Goldkette. Super Atmosphäre, voll. Ich liebe auch so diesen Laufi-Style, diesen japanischen, so diese ganze Minimalismus-Kultur und so mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich war beim Tour-Finale von Rebel Comedy. Kenn ich nicht. Okay. Ich hoffe, es war schön. Was guckt er sich eigentlich an? Weiß ich auch nicht. So, Bomberjacke und Goldkette. Bomberjacke und Goldkette. Bomberjacke und Goldkette. Ist er das hier? Oh, das ist keine Bomberjacke, ist eine Downjacke. Man hat auch keine Goldkette an. Bomberjacke und Goldkette. Bomberjacke und Goldkette. Freut mich für dich, Melan. Freut mich für dich. So. Bomberjacke und Goldkette. Ist das hier eine Bomberjacke? Woher hast du das? Oh, du bist bei den... Mein Kontakt? Lass mich kurz über die Atombatterie aufklären. Ja, 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 das hier ist eine Bomberjacke. Das ist der Richtige. Hat auch eine Goldkette. Okay, jetzt sieht man es. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Neko-Korbfabrik hier. Aber das ganze Gebietsgesperrten schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Goldjacke und Bomberkette. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm. Während ich hier bleibe, mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Ne, das ist einfach hier von den Clown. So, Arbeiterjacke finde ich wahrscheinlich hier. Stehlen, Jacke, easy. Ah, und weil er immer noch versucht, den Ding auszumachen, geht das jetzt auch easy. Nice. Gibt es hier auch Helme? Nope. Schnell weg. Wo komme ich an den Helm? Hm, hm. Die haben sogar Tattoos, die Roboter. Ich habe mir die Theresienwiese angeschaut, wie aufgebaut wird und was schon steht. Ich raffe gar nichts mehr an. Tattoos sind wichtig. Diese Details sind der Hammer. Absolut. Gut. Das Spiel ist einfach durch und durch fantastisch. Katze anziehen. Kannst du Milchtritte auf der Jacke machen? Oktoberfest. Achso, ja. Mich interessiert das Oktoberfest nicht mehr, Lahn. Das sind massive Bauten. Ist mega interessant. Oh. Wie komme ich an den Arbeiterhelm? Wie komme ich an den Arbeiterhelm? Das ist auch kein schlechter Helm. Gefällt dir mein Outfit? Das ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen, aber ich bezweifle, dass sie deine Größe für ein kleines. Kleidungsgeschäft und Hutladen. Wo ist hier ein Hutladen? Habe ich einen Hutladen übersehen? Ist das hier ein Hutladen? Das ist der coole Club. Gibt es hier auch Hüte? Viel Erfolg, Knoblauchente. Aber ja, hey, Melan. Cool, wenn du eine gute Zeit hattest. Sehr, sehr nice. So, Hutladen. Wo ist der Hut? Ist das da der Hutladen? Oh, ja. Das habe ich wohl übersehen. Was mit dir? Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stubblache zurückkommt. Mir hilft diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Die beiden, da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Jetzt gehe ich dann den aus der Bar holen. Stubblache. Warte mal. Tonin? Bist du Stubblache? Gesam? Ratzinput. Bist du Stubblache? Das hier ist bestimmt Stubblache. Warte mal. Bim-Bimchen. Hi, guten Abend. Hüpft freundlich, winkt in den Chat. Das ist ja süß. Dann mach es dir mal bequem. Wie geht es dir? Hi. So. Ist ein Füchschen, ist das Bim-Bimchen. Das ist ein Füchschen. Und ja, es ist eine Socke. So. Der Typ hier geht jetzt wieder an die Arbeit. Sehr gut. Kann ich jetzt rein? Geil, wie er auf die Uhr zeigt. Mir geht es super. Immer locker vom Hocker, wie hektisch. Um den Ecktisch und selbst. Ich habe nicht so geile Reimauflage. Aber sonst geht es gut. Danke. Ja, was ist denn jetzt nur hier? Sind die bald fertig? Oh. Ich habe den Trick. Ich habe... Leute. Ich bin ein Genie. Der schmuggelt mich jetzt rein. Wie geil ist das denn? Ah, dieses Spiel ist einfach zu gut. Katzen und Kisten. Absolut. So. Da ist der Helm, den wir brauchen. Mit unseren Verbrecher-Skills. Die Situation geklärt. Ich will so einen Fischerhut. Aber ich will den in real life. Den will ich für mich. Glaubt ihr, ein Fischerhut würde mir stehen, Chat? Das könnte mein nächstes Alleinstellungsmerkmal sein. Der Streamer mit Fischerhut. Was denkt ihr, Chat? So. Jetzt bringen wir dem Typen erstmal seine Verkleidung. Genau wie Solid Snake. Ach, die mit der Kiste. Ich dachte gerade so, hä? Solid Snake hatte doch keinen Fischerhut. Habe ich doch schon alles, Kollege. Perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Alles habe ich. Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Äh, Lull. Mit Mut zum Hut. Biemchen einfach anders wild drauf. Die sind klasse. Ein bisschen enger der Taille. Aber es wird schon gehen. Okay. Spring in diese Kiste. Und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Let's go. Let's go. Wir wollen es nicht übertreiben, Decks. Einen Strohhut muss er tragen. Mit verschiedenen Angelködern im Hutband. Ich glaube, Strohhut würde mir nicht stehen. Ich bin sowieso schon der heftigste Waldschrat. So ein Anglerhut. Da könnte man noch einiges an Gesicht wegkriegen. Oh, da ist nur eine Katze drin. Sehr gut. Rein da, rein da. Sehr gut. Okay, die dürften uns wahrscheinlich nicht sehen. Schnell. Schnell. Easy. Ui, 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 ui. Oh, ich bin Agent. Ich bin Solid Snake bin ich einfach. Ich bin Solid Cat. Einfach Solid Cat. Einfach eine Maske aus Eldenring. Darfst doch selber entscheiden, welche. Ich liebe Ballonmützen, wie bei Picky Blinders. Aber Anglerhut? Nee, nee. Lieber nicht. Mann, ey. Soll ich mit ihm sprechen? Ich spreche mal mit ihm. Hey, gut, dass du hier bist. Kannst mir helfen. Ich habe dieser dunklen, riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Die sagten nur, wenn du irgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Okay, Kollege, wenn ich deinen Schlüssel finde, wäre ich dir helfen. Solid Cat Danger Nudel. Biemchen hat reingefollowed. Dankeschön. Schön, wenn es dir bei uns gefällt. Mach es dir bequem. Du könntest auch zwei Löcher in eine Papiertüte schneiden und aufsetzen. Könnte ich auch. So. Kommen wir hier vorbei. Wie wollen wir? Easy, 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 easy. Ich habe easy vorbeigerannt. Kiste. 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 Wo will ich hin? Diese sauer atmosphärische Musik in dem Spiel. Ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Da muss ich wahrscheinlich langen. Da muss es aber schnell gehen. Hui. Komm mal klar mit deinen Fingern, Olli. Was ist denn mit deinen Fingern los hier? Bei mir ist es so krass, wenn ich im Internet irgendwas schreibe, egal ob das auf Twitter ist, auf Discord, in einem Twitch-Chat oder so. Ich schaffe es nie, einen einzigen Satz ohne Rechtschreibfehler oder Tippfehler zu schreiben. Einfach nicht möglich. Ich bin einfach nicht dazu in der Lage, Leute. Viel zu wild. Warum auch immer das so ist. Okay. Glück gehabt. Oh. Ah, Abkürzung. Nice. Wow. Wow. Ich bin nur ein Karton. Mach dich weg. Weiß ich auch nicht, Jonas. Nicht-Multitasking-Backwarn. Wie? Was? Oh, Glühbeertbaum. Oh, Glühbeertbaum. Wie schön brennen deine Blätter. Würde ich ja gerne, aber die jucken vom Arbeiten, weil mir die dünnflüssige Farbe von einer Handarbeit in jeden Hautriss, jeden Schnitt, jede Abschürfung gelaufen ist. Und die lässt sich nur entfernen, wenn ich mir die Haut wie einen Handschuh von den Fingern ziehe. Dann weg damit. Dann würde ich sagen, weg damit, Olli. Haut wird sowieso überbewertet. Ich hab noch schon Haut. Haut. Die Musik, ey. Ist einfach zu geil. Kann ich da einfach durchrollen mit der Tonne? Ich glaube nicht. Doch, kann ich. Geil. Ist das diese Atombatterie? Sieht auf jeden Fall so aus. Ein aus. Ein aus. Ah, der fährt mir jetzt hinterher. Kommen Sie mal mit. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Ich müsste an diesen Bot hier kommen. Wie komme ich da dran? Erst mal diese Türe hier öffnen. Da komme ich nicht so einfach durch. Habe es ja schon versucht mit der grausamsten, hässlichsten Bürste, die wir auf der Arbeit haben. Eine Stufe drüber wäre nur die Drahtbürste gewesen. Ja gut, lass mal deine Finger lieber noch dran, Olli. Lass sie mal lieber noch dran. So, okay. Ah, ich habe eine Idee. Kommen Sie mit, Mr. Roboter, Sir. Das ist nicht wahr. Ja. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. So, und jetzt? Okay, ah, wahrscheinlich mit der Tonne dann noch. Wahrscheinlich dann noch mit der Tonne. Auch sehr cooles Rätsel-Design in dem Spiel. Yes. Ein Alarm. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Na dann, let's go. Das ist ja easy, einfach mit dem Eimer zurück hier. Easy. 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 Oh, oh. Da muss ich aber mal ganz schnell an euch vorbei. Upsi. Wow. Oh, 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 oh. Okay. Wie komme ich jetzt hier weiter? Okay. 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 Hey, 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 ausgetrickst. Da muss ich lang. So. Darüber. War easy. Oh. Oh. Das war sehr unglücklich. Ja gut. War easy. Scheiße. Ah. Let's go. Speedrun tactics, Leute. Speedrun tactics. So, jetzt aber. So, Clementine, Clementine, wo bist du? Äh, Hinweise. Clem? Hm, keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Lavalampe. So ein Hut, Kristalle. Keine Ahnung. Okay. Das ist die Lavalampe hier, oder? Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Hast du was gefunden? Nee. Hier, das da. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien, gasförmigen Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei... Okay. Das hätten wir schon mal. Da ist das Ding hier. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Ich bin bei Blazer. Ah, schau mal da oben. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt in den Nachtclub. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Nee. 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 Was ist mit dem Müll hier? Ah, hier. Hast du etwas gefunden? Nein. Mindestens ein Teil fehlt noch. Mindestens ein Teil fehlt noch. Ah, 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 ah. Chat, alle komplett eingeschlafen? Alle schon am, am sleepen? Müsst ihr morgen arbeiten, ihr Armen? Armer, armer Chat. Muss wahrscheinlich morgen arbeiten. So. Da ist es. Das wollte ich inspizieren. Hm, was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, kommt in den Nachtclub. Okay, dann haben wir alle Hinweise. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub. Das ist gut. Jetzt lass uns gehen. Lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich gehe nachher vielleicht noch kurz auf den Geburtstag. Mal schauen. Oh. Oh. Gerade noch so entkommen. Shit. Sag mal. Ich muss nicht arbeiten, bin aber mit einem Freund verabredet, um eine D&D-Welt zu entwerfen. Meinst du eine D&D-Welt oder meinst du eine Kampagne? Weil die D&D-Welt gibt es ja schon. So. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich werde morgen auch noch ein bisschen am Pen & Paper schreiben. Ich bin fertig, tatsächlich. Schon seit Samstag ungefähr. Oder Sonntag vielleicht. Ähm. Aber ich bin gerade dabei, weil es gerade so Bock macht. Weil ich habe, das war witzig. Ich habe mich jetzt so gezwungen, das Pen & Paper weiter zu schreiben. Und während ich mich so gezwungen habe, hatte ich immer mehr Bock. Und mir sind immer noch mehr Sachen eingefallen. Ich habe immer noch viele Notizen gemacht. Die würde ich jetzt gerne alle noch einbauen. Okay. Genau. Ah. Okay. Jetzt habe ich es gerafft. Nice. Pen & Paper. Einfach was Geiles. Kann man nicht sagen. Einfach geil. Scheint offen zu haben, der Nachtclub. Wollen wir uns vorbeischleichen können hier. Das ist nichts für dich. Weg mit dir. Vielleicht können wir die Atombatterie zeigen. Eine Bestechung. Ich lasse mich nicht bestechten. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Kannst du irgendwie reinsneaken oder so? Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Hehehe. Alles klar. Wo guckst denn du hin? Ah. Ich nehme mit ihm Sprechen. Wie kann ich ihn nicht ansprechen? Seltsam. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein. Hol dir was zu trinken. Einfach die Katze im Nachtclub. Wie geil ist denn der Klub hier? Wie geil ist das Teil, was er da auf dem Kopf hat und so? Yo, yo, yo. Kat in the Nachtclub. Ich muss mal eine Runde updancen hier. Hey Leute, schaut mal. Ich kann an meinem eigenen Schwanz lecken. Hey, haut mich an. Hey Leute, DJ Matt C. hier. Hey Leute, DJ Matt C. hier. Mein heutiger Freund, Blazer. Okay. Boah, damit kann ich nach oben fahren, oder? Äh, lol. Und jetzt? Okay. Braucht wohl einen Schalter oder so, um das zu benutzen. Alex, will Blazer sprechen. Wo ist Blazer? Der hat den Schalter. Ha, dieser Klub ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mir kannst du das glauben. Also habe ich diesen Hebel geklaut. Nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht. Ich will auch nicht damit erwischt werden. Einen Drink. Oh, danke Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Einen Hebelgriff. Sehr gut. Oh nein. Jetzt. Sehr gut. Ab nach oben, Leute. Lol. Okay. 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 Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Okay, Raff. Raff dich mal. Hey Maeve, guten Abend. Geht's dir? Mh. Mh. Oh, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer. Nichts gegen dich. Geschäftsgeschäft. Geht, aber es wird besser. Ui, was ist los, Maeve? Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Gute Nacht, Dex. Schlaf gut. Danke fürs Zuschauen. Alcatraz. Okay. Also wie Alcatraz. Oh nein. Das ist mir hier gefangen. Wie fies. Aber ich kann schwingen. Ey, direkt kann ich auch nach vorne und nach hinten schwingen. Yo, easy. Job macht mich langsam krank. Will wieder zurück in den Außendienst wechseln? Oh. Hä? Aber hattest du nicht mal vor einiger Zeit erzählt, dass es eigentlich ganz gut sei jetzt im Job? Du hattest irgendwie die Abteilung nochmal gewechselt. Und dann war es doch ganz gut gewesen oder so. Erinnere ich mich? Aber ich erinnere mich nicht richtig. Vielleicht habe ich die Hälfte auch wieder vergessen, Maeve. Ja, scheiße, Mann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du schnell eine gute Lösung für dich findest. Wenn man mit dem Job Probleme hat, das ist was. Das trägt man den ganzen Tag mit sich rum. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Gefängnis. Okay. Kann ich da? Ja. Perfekt. Perfekt. Wie geht's weiter? Was ist mit dem? Kann ich hier hoch irgendwie? Ja. Okay. Bin trotzdem immer wieder unglücklich. Das Team wird immer hoch gelobt und gesagt, was es für ein tolles Team sei von der Teamleitung. Aber bei mir kommt da nichts an. Ja, wie gesagt, Maeve, hoffe ich für dich, dass sich's bald ändert. So, da kann ich wohl nicht vorbei. Oh. Oh, oh, oh. Da ist ein Karton. Warten wir, bis er wieder vorbeigeflitzt ist. Zack. Da können wir nach oben. Äh, vielleicht da irgendwie hoch? Ach. Ah, ja. Morgen ein Gespräch mit einem Teamleiter des Technikteams. Ich muss mal sehen, was er sagt. Ich hoffe, der versteht dich. Ich hoffe, ich habe ja auch nicht. Jetzt werde ich aber auch gerade ein bisschen müde hier. Heieieieiei. Game sieht schon cool aus. Es ist für mich das beste Spiel dieses Jahr, Maeve. Mit Abstand. Es ist ein extrem gutes Spiel. Es hat so ultra krank, liebevolle Details. So, lass abhauen, Clementine. Wo ist die Atombatterie? Die brauchen wir. Und, äh, B12? Wir haben B12 ja auch noch nicht. Wo ist B12? Oh nein, B12 ist da drin gefangen. Shit. Ah, wir können sie nicht verstehen, weil wir B12 nicht dabei haben. Verstehe. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, warum sie ja nicht mit uns spricht. Aber wir können sie ja nicht verstehen. B12 kann sie verstehen. Beklein. Kabini. Abine. Ja. Oh, 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 oh. Ah, hier hoch, okay. Und dann. Sehr gut, sehr gut. Das Ding bewegt sich, da muss ich aufpassen. Das Ding bewegt sich, da muss ich aufpassen. Mal von hier aus. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Schon ein cooles Rätsel-Design, muss ich sagen. So. Schlicht, aber cool. Schlicht, aber cool. So, wie komme ich hier lang? Ach, ich verstehe. Kurz verstecken, die Lage checken. Oh. Schnell weg. Huiuiuiuiui. Ach, erst mal ein Schalter hier runter. So. Machen wir weiter. Jetzt einfach hinlatschen. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Schnell. Schnell weg hier. Scheiße. Puh. Yes, geschafft. Ah, nice. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz alleine. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Na klar. Der beste Freund des Roboters. Das ist so deine Alexa ja wieder. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Das ist auch richtig so ein Spiel. So zum irgendwie, kann ich mir gut vorstellen. So zum Zuschauen, wenn man schlafen möchte. So mit der Musik und so. Ist irgendwie nicht so hektisch. Sehr ruhig. Ich merke es ja selber, wie das Spiel mich so total runterbringt. Oh. 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 Okay. Okay. Die Mucke macht es einfach voll. Ja, aber die ganze Atmosphäre des Spiels. Nicht nur die Mucke. Die ganze Atmosphäre ist einfach richtig gut. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zelle zu locken und sie dort einsperren. Ah, verstehe. Na, dann komm mal her. Hier. He, 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 he. Don't cub. Ohne Erinnerung. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerungen. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Das war die letzte Erinnerung und den Rest haben wir verpasst? Okay. Laut diesem Progress-Ding haben wir das Spiel ja bald durchgespielt, oder? Oh, shit. Shit. So, nochmal. Kann ich vielleicht beide auf einmal reinbringen? Ach, ich kann ja auch durch geschlossene Türen. Lull. Okay. Ich muss sie von innen verschließen, die Türe. Einfach von innen verschließen. Dann kommt mal, ihr Pappnasen. Pappnase 1. Jetzt rede ich schon. So. Shit. 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 So, ist der andere Trottel wieder draußen? Sind jetzt beide drin? Ja, okay. Huch. Was ist eigentlich mit dir los? Kapone. Gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Okay, Al Capone. Wer bist du? Ich sehe schon. Äh, Schalter. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Erstmal kratzen. Geil, ey. So. So. Irgendwie auf das Auto. Wir haben Glück. Sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du sollst in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Geil, ey. Then? Dann? 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 Ja? Oh! Schnell weg! Schnell weg! Ha! Geil ey! Geil ey! Ah! 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 Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Oh nein, Clementine. Du gehörst jetzt zu uns! Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber eine von uns muss es tun. Geh mal einen Schlüssel. Geh jetzt! Ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenweltler. Oh nein! Oh nein! Clementine! Und dann fahren wir mit der U-Bahn, würde ich sagen. Das sieht irgendwie aus, wenn ich die Batterie da... Ne? Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher. Danke, wir werden dich auch nie vergessen. Ja, ja. So. Wie lasse ich das Ding jetzt fahren? Not open. Oh nein! Oh nein! Du bist in meinem Erinnerungsspeicher. Hä? Stopp! Doch hier irgendwie. Hängt das irgendwie hier mit dem Kabel zusammen? Es scheint so. Sound. 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 noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. City Sealed? Ach du Scheiße. Da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Manche Reklamen da unten erkennen wir ganz gut. Da hat sich das ganze Abenteuer jetzt abgespielt. Wow. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur. Bitte Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hallo, wie kann ich dir helfen? Wer macht die Tür auf? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wo ist der Kontrollraum? Wie gelange ich da rein? Da, Kontrollraum. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Was muss ich da hinbringen? Da, hier. Roboter, let's go. Ja, und jetzt? Brauche ich hier irgendein Werkzeug oder sowas? Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Ja, ja, ja. Kontrollraum, ja, ja. Danke. Halt, Maul. Hm. Hm. Aber mehr gibt es hier nicht. Hier sind noch Toiletten. Oder sowas. Die kann ich nicht betreten. Ach, okay. Na gut. Äh. Das hat nicht so geklappt. Jetzt aber. Richtig reingehackt. Brauchen wir den hier nochmal? Ne. Geht einfach so auf. Okay. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Der ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheiten, die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Oh, das ist eine traurige Geschichte. Das ist er, der Hauptcomputer. Im Großrechner nachzuurteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Computer einschalten, ja. Aber wie? Computer einschalten, ja. Computer einschalten, ja. Ach, null. Verstehe. Äh, warum buckt das jetzt so? Ich hab total gebackt. Seltsam. So, okay. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Das ist, äh, die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Sehr gut. Hier. Na, Hicke. So hacke er. Kann ich nicht hier? Okay, hier. Na, Hicke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der samtfötigste Vandale, den es gibt, Olli. So, und hier? Ah, sehr gut. Gibt es noch mehr? Das System ist lockt. Ach, jetzt kann er hacken. Okay. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh nein, wir müssen weitermachen. Oh nein, der geht kaputt. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut, das wird schon wieder. Halt mich einfach zu der Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Oh nein, B12. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Oh nein, B12. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh. Oh, ist das traurig. Ich weine gleich, Chad. Ach jää. Ahem. Okay, die Viecher gehen durch Sonnenlicht kaputt. Ja, ja, ja. Guten Abend, Agent. Oh, das ist so sad. Wow. Sieht hier direkt ganz anders aus. Oh, das Ding fährt ja komplett auseinander. Beim Selbstdurchspielen musste ich schon weinen, jetzt auch nochmal. Ich habe sehr viel blinzeln müssen, um das wegzudrücken, Chat. Dach ist offen. Wenn es anfängt zu regnen, fliegt bei den Robotern die Sicherung raus. Wir sind bestimmt regensicher. Okay, es ist offen. Da liegt B12, unser Freund, der uns hier rausgeholfen hat. Schauen wir mal, ob wir rausgehen können. Tja, wir sind draußen, Leute. Wow, was ein schönes Spiel. Was ein schönes Spiel. Die Katze nur so. What the fuck habe ich eigentlich erlebt? Wow, was ein Spiel, Leute. Was ein Spiel. Liebe Spieleentwickler. Gerne mehr solche Spiele. Ich meine, klar, das waren jetzt zwei Streams. Das waren nicht viele Spielstunden, aber trotzdem eines der besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Wirklich. Hat mich so krass abgeholt. Hat so Spaß gemacht. Gerne mehr solcher Spiele. Wow. Tu nicht so, als wäre es rum. Jetzt kommt noch die 700 Kubik, äh, nee, Kibi-Triometer große Open World, der du deine Familie wieder finden musst. Ich muss sagen, dass ich das Ende irgendwie als unbefriedigend empfunden habe. Ich hoffe aber drauf, dass es extra ist, damit noch ein DLC oder ein zweiter Teil kommt oder so. Weiß ich nicht. Ich finde es nicht unbefriedigend. Da ist ja Licht angegangen links. Ja, kleiner Entwickler. Wer weiß, ob der einen zweiten Teil macht. Muss er auch für mich keinen zweiten Teil geben. War für mich so ein richtig, richtig schönes Spiel. Richtig, richtig, richtig schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, die Frage ist, was wir ab nächsten Mittwoch spielen, Chat. Ob wir dann erst Inmost spielen oder direkt live-alive. Ich habe auf beides Lust. Ich habe auf beides Lust. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Bock auf live-alive. Vielleicht ziehe ich das vor. Ich weiß, ich weiß, ein paar hatten sich sehr auf Inmost gefreut. Das kommt dann halt einfach vielleicht danach. Oder nie. Weil ich bestimme, was ich spiele. Haha, Tyrannei. Was mit den anderen Katzis? Ja, die finden sich jetzt bestimmt. Die jetzt hier heißt dann Who Let The Dogs Out? So ein schönes, schönes, schönes Spiel. Wirklich. Pack. Wirklich, wirklich, nach langer Zeit mal wieder ein Spiel. Wo ich so gemerkt habe, dass das von jemandem entwickelt wurde, dem das Spiel wichtig war, dem die Details wichtig waren. Dem wichtig war, ein Spiel zu machen, das schön ist. Das war jetzt keine Cash Cow oder irgendwie sowas. Da ging es um das Spiel an sich. Schönes, kleines Kunstwerk. Ich bin, bin krank begeistert. So. Das war's, Leute. Das war's. Schön. Schönes Spiel. Werde ich sicherlich irgendwann mal wieder spielen. So in ein paar Jahren werde ich sagen, komm, lass mal nochmal Stray spielen, weil es so schön war. Schön. Wirklich, wirklich, wirklich schön. An die Zuschauer auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Aufnahme mache ich jetzt zu und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Vielleicht in Most oder Live Alive.